hallo und herzlich willkommen zurück zu lustige dinge von go simulator 3 ich bin gerade hier noch ein schönem yoga es geht noch eine minute da muss noch in der mitte von der blume das kommen und dann haben wir auch diese mission gelöst die eben nicht so interessant ist fünf minuten zu waren oder es gehen immer so zwei blüten auf und drei am schluss auch werden leuchtend und wir sind hier so ja meditieren und haben komische zeichen gut dankeschön dass das projekt so gut ankommt es war schlecht gestartet und mit dem zweiten part wo leon mitgemacht hat war schon mal ziemlich beliebt und jetzt mittlerweile sind wir wahrscheinlich schon zehn oder so parts ding auswendig weiss ich es nicht und ja finde es wirklich toll dass das projekt vor allem auch das spiel noch so gut ankommt es ist ja ein lustiges spiel es ist ein sehr interessantes spiel sind wir fertig muss ich noch etwas machen muss ich doch noch eine minute waren oder was weiß ich sogar nicht eigentlich sollte irgendwas kommen und ja ich mache gerne mehr wenn ihr natürlich auch zeigt dass es gut ankommt weil ich bin ja sehr beschäftigt und ja muss endlich auch mein eigenes spiel entwickeln ich bin schon so lange am warten bis ich das kann und so okay jetzt recht nach gereinigtem geist und dadurch bekommen wir uns über okay ein lotus flower haben wir haben schon auf dem rücken freunde f um zu transzernieren und erlichter zu werden nachdem du an dingen leckst ein kind musste deprimierend lange ohne enden zu hause bleiben damit diese requisite entstehen so smt roll 25 hat uns 50.000 sekunden gekostet oh je die arme entwickler hat uns 5000 sekunden gekostet das gleiche das geht nicht immer liebiges requisite unseres zeus okay keiner will das ding ab das spiel ist hin wenn man es entfernt das arme entwickler gut also machen wir mal weiterhin lustige dinge wir müssen ja manchmal auch natürlich die mission noch machen damit wir dort noch ein bisschen lustige dinge machen können sollen ja ich finde es wirklich toll dass das projekt so gut ankommt es ist ja auch sehr lustig das spiel macht es schon lustig oder und dann kann ich noch ein bisschen beitragen und ihr könnt vielleicht auch noch etwas beitragen indem ihr wünsche unsere sachen sendet also posts macht kommentare schreibt und so oder ideen oder ja vorschläge und dürft gerne auch mitspielen gell ich bin das öl so wirklich schlimm rutschig so übertrieben okay die haben auch ihren sparsch einmal irgendwas unter der brücke weiß ich wie wir das mit dem ding eins assist back deshalb einmal geht es aber irgendwie geht es manchmal nicht besettet irgendwie nicht das braucht einige zeit okay hier ist nix ich wollte ja hier ist etwas ich wusste doch unter brücken ist immer wieder etwas drin das habe ich so ein gespür ich muss es ja nicht im gespür haben wenn es passt in die unter der brücke irgendwas gibt genau so ich wollte nämlich mit euch noch etwas hier machen sehr gut aber ich weiß nicht ob ich das schaffe hier machen wir einfach mal gibt es sicher lustige szenen dafür wir müssen einfach sehr schnell lernen ne doch pro part mal eine location oder so vielleicht einfach immer gegen schluss merken wir wo das nächste ist und mache es dann so gut guck mal nix okay da rüber nein ich falle runter so ein Mist da oben ist sowieso in der Goldstadt okay wir müssen da ein bisschen schauen so jetzt okay es ist ein bisschen schwer und es geht relativ schnell wieder weg deshalb wieso ist das muss man immer hüpfen man spielt im herz ich glaube das mache ich auch aus das bock ein bisschen heftigste rum so und du störst nicht hey kann das nerven so und dann hier auch muss es nur richtig machen äh wir haben kein Blitz mehr wo müssen wir das aufladen hey das geht zu schnell weg hier yes wir haben es geschafft es ist so leicht also gerade ich glaube im Livestream vor elf Monaten habe ich das einfach falsch gemacht ah jetzt zeigt es auch an wo wir das nächste mal hin müssen cool oder ähm das letzte mal habe ich das so gemacht dass ich eigentlich gegrindet bin und Blitze geschossen habe und die Blitze haben nicht geschossen also man muss einfach nur durchgehen das habe ich jetzt auch gecheckt also das jetzt auch zuerst einmal herausfinden müssen dass die wirklich automatisch beim durchgrinden angehen ja ich bin ein bisschen zu wie gehüpft ich würde das einfach schneller machen das ist halt manchmal doch ein bisschen das schlechte okay ja wie nenne ich den Part Elektriker Ziege im Zaun im Zaun halten ähm ich küsse das nicht okay muss nur kurz schauen gut 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 jetzt sind so im Zaun ist da der die Ziege ja mit den Rollen eigentlich oben auf dem Körper dran okay ja so lustige Bilder und so kann man halt nicht machen auch weil das Programm echt schlecht ist ähm ja da Moment Bilder machen sofort Bilder und so dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben wie das so geht also wie am besten man Thumbnails machen kann direkt und so weil weder Windows 10 hat so ein Tool wo immer geht noch irgendwie die Spiele meistens mit einfach nicht Ding und dann sind es meistens BNGs wo auf YouTube dann zu gross sind und so ja da brauche ich noch ein bisschen Hilfe hat sich ja sicher auch geändert in letzter Zeit so jetzt muss ich nur dieses Feld suchen ja das ist dieses Feld und dann möchte ich gerne noch etwas equippen was mir helft ein Laubbläser so haben wir nicht wo gibt es denn diesen Laubbläser also kann man den freischalten also es gibt einen Laubbläser das weiß ich ne auch keine Handel gibt es nichts was man zum Blasen einsenden kann ich habe ihn glaube ich noch nicht gefunden also es gibt ihn überhaupt nicht zum Kaufen auch das ist die Turnierwanze hier der Crippler was ist das Feuerwerk bringt auch nicht viel oder das Jetpack bringt vielleicht etwas ich tue jetzt einfach mal den Crippler einsetzen oder die ja ja es geht eigentlich ziemlich gut mit dem Crippler ah das ist der Laubbläser mit dem will ich es nicht mehr ja fertig so geht es auch so geht es viel einfacher ich weiss noch wie lange ich gebraucht habe und leiste ich wenn man erfahrener ist und denken kann es gibt immer ein Item dann ist das Spiel einfach viel einfacher einfach verwenden es gibt halt nicht gute Hilfe im Internet es sind nicht so viele Leute die irgendwelche Tutorials erstellt haben oder so am besten vielleicht einfach andere Spiele sorry nein ich drucken das muss ich ach gut 15,1 ok 15,2 kommt eigentlich ja 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 wir hängen die ganze Zeit ich wollte vom Laubbläser anmachen hallo darf ich mal wieder raus lieber jetzt oh wir sind oben durch jene Abkürzung nach oben geiles Fahrrad oh ich war der so schon lange mal so so ein Fahrradrad Geht es dir eigentlich noch gut? Kann man dir helfen, liebe Ziege? Nein, war nicht. Mir selber auch nicht. Ist einfach zu lustig. Also, was kann ich hier kaufen? Ich glaube, ich kann nichts mehr kaufen, weil ich den Verkäufer losging. Also, hier gibt es irgendwie nichts. Aha, deshalb kann ich fahren. Jo, was sollen wir jetzt hier machen, Junge? Aha, ein Geingang. Ja, das ist eine Goldstatue. Und wie kommen wir jetzt hier rein? Ich glaube, ich habe mich viel zu fest verpackt. Okay, aber hier komme ich sicher irgendwo. Hallo? Ich war doch schon mit der Giraffe da im Untergrund und so. Jetzt muss ich schon mal wieder in den Untergrund. Ich glaube, ich komme nicht mehr gut hoch. Also, wir müssen über die Karte. Da müssen wir in der Nähe, ja. Nochmals diesen Schacht binden. So, jetzt mal zuerst runter, mal ein bisschen wieder rauszoomen. Jetzt müssen wir kurz hier runter. Da drüben ist es okay. Aber ist hier oben irgendwas noch? Hm, immer dieses Suchen während dem Spass haben wollen. ist jetzt nicht gerade immer sehr fördend für den Spass von den Zuschauern. Ich habe meinen Spass. Also, ich bin so was von froh, dass ich so viel Freude verspüre, dass es mir so gut geht. auch trotz schweren Krankheiten, aber das ist nicht so. Also, hier ist nichts mehr zu finden. Hier war doch irgendwas noch. Ah, ich weiß noch, was für eine Mission wir machen eigentlich heute können. Weil es dauert ein bisschen. Ich weiß noch ungefähr, wo die Leute sind, aber ich muss, ja, ich muss auch Lustiges machen dazwischen. Und deshalb ist es gut, wenn wir das in diesem Park noch machen können. So, und hier wäre es runtergegangen. Okay, besser runtergegangen. Genau. Direkt immer in die Luft legen. Okay, hier ist nichts mehr. Also, wir müssen ein bisschen laufen, deshalb fahren wir. Das ist ja logisch. Nein. So, ey. Gib mir das Auto. Hier drinnen haben wir auch schon geschaut. Ja, genau. Diese Autos sind gut, weil sie fast unendliches Nitro haben. Nein, das ist die falsche Seite. Doch, das ist die richtige Seite. Hier gibt es noch eine Brücke. Gut. So, und ganz am Schluss kann ich ja das kurz mal mit euch noch versuchen. Mit dem Segler. Mit dem Drachenflieger. Was machen denn die Leute immer? Wir müssen ins Polizeirevier. Und das ist, glaube ich, hier links. Noch ein bisschen nochmal links. Es ist gut, nicht so gross. ja, okay. Man kennt sich noch ein bisschen aus, dann schnell. Jetzt weiss ich nicht, welches das Polizeirevier ist. Das daher. Okay. Also, wir müssen einfach drei gesuchte Personen finden. Und zwar eine Blondine, eine Kurzhaarige und eine, die dunkle lautert. Ähm, die Goldlocke und so. Also, eines weiss ich, wo eine ist. Aber ich weiss nicht genau, wo das ist. Und eines sollte hier irgendwo in einem Gebäude sein. Vielleicht im Klamottenladen oder vielleicht hier im Autohaus. Das ist die eine. Wie ist es, oder? Okay. Die erste haben wir mal. Das ist die, die ich eigentlich nicht mehr auswendig wusste. Das ist also gut, dass wir die zwei anderen holen können, aber die eine weiss nicht genau, wo sie ist. Ist sie nicht? Hä? Sollte doch eine sein, oder? Warte kurz, wir vergleichen das mal. Hat er irgendeine andere Ahnung. andere Laufhaut. Nee, sie ist es nicht. Okay, dann geht es noch ein bisschen, geht es noch ein bisschen schwieriger. Okay, du kannst trotzdem hier übernachten. Auf Nummer sicher, bis ich alle habe. Also, eine ist irgendwo auf einem, entweder hier, also die eine dunkle, die hat kurze Haare, sie sind meistens an Orten, wo man natürlich nicht gerade so viele Personen hat. Bisschen auffälliger. Nee, das ist auch keine. Beim Clown auch nicht. Die eine ist irgendwo höher. Auf einem ja, ungefähr hier. Die sind weiter oben irgendwo. Okay, ist jemand gestorben? Nee, das ist auch keine. Es sind also drei Frauen. Komm, wir gehen ins Bordell kurz. Nein, das ist okay, ein Kabarett. Jo, ein Clowns. Eine Tarnbrille, ja klar. Nee, das ist so eine Spassbrille. Okay. Hier oben. Ey. Da, wenn noch etwas. Oh, das steht. Ja, das freu ich. Captain Americas Shield. Schanitatium. Sehr gut. Jo, funktioniert. Okay, hier wollte ich später hin. Was sind die Goldstatuen? Danke jetzt. Ich sehe, man bling, bling, bling macht. Okay, du bist sicher, Jemund. So getarnt. Nee, ist er dunkel. Oh, das ist Son Goku. Der war doch auch beim Schwert. Jo, Son Goku ist, Son Goku ist vernichtet. Das ist glaube ich das B, das ich verwenden kann. Also dann, Gott, 15,2. Heftigst. Auch wenn es ein bisschen verschwommen ist, aber das ist klar, im Spiel gibt es zu viele Unschärfeffekte, die man auch nicht ausstellen kann. Es gibt schon Unschärfe Ding, aber das bringt es für das meiste nicht. In der Entfernung ist es immer noch sehr unscharf. Vielleicht auch damit die Engine halt nicht überfordert. Aber ich komme jetzt nicht gerade so dazu, die zu finden. Ich müsste sonst kurz nachschlagen. Aber ich muss unbedingt noch mehr. Das ist die, das ist sie. Die ist hier, okay, ich dachte da drüben oder da vorne. ist hier, aber sie kann auch ein bisschen weniger herumtrockeln. Weil für uns ist es schwer, sie zu transportieren. Wir sind nicht so wie ein Menschen, der sie beifeln. Oh, da. Und sie ist worden abgehauen. Stimmt das jetzt? Geht es zu? Ist das jetzt die richtige? Sollte doch die richtige sein? Okay, es ist zu. Also wenn es zu ist, nicht mehr aufgeht, dann haben wir die richtige. So, und die zwei anderen, ja, das könnte ein bisschen schwer sein. Also ich weiß, dass die Blondine irgendwo vor einem Haus steht. Das könnte eigentlich noch irgendwo hier sein. Also hier auf jeden Fall nicht. Eine ist, glaube ich, im Klamottenladen. Wo ist der Klamottenladen? Irgendwo hier ist das der Klamottenladen? Das ist der Handtaschenladen. Hier ist keine Frau drin. Hm. Okay, wartet mal kurz. So. Also ich muss gut Remulator 3 äh, criminal und wie sieht das? Das ist auf Englisch schreiben. Wanted. Ist es Whistleblowers? Das ist, glaube ich, die Quest. Genau, okay, das ist die Quest. Die eine, nein, das ist, wo die Quest ist. Genau, die steht hier vor einem Hausdiplom Diene. Und das ist, das ist ganz in der Nähe von Ding. Die haben wir gefunden und die da ist hinter dem Haus, wo sie sind, oder? Nein, eigentlich drüben. Doch hinter dem Haus, wo sie sind. Hier. Okay, wunderbar. Dann haben wir die Quest auch schon gelöst. Das kann noch 10, 20 Minuten dauern, das ist super. Dann machen wir doch das mit der anderen Quest dann noch. Hier nicht. Oben steht nämlich gar nichts gleich. Bist sicher hier oben irgendwo. Also mit den kurzen Haaren muss es noch sein. Muss irgendwo hier oben sein. Definitiv. Das ist doch die Bär. Nee. Aha, die spät. Kill Bill. Twisted Nerv. Nervs. Also, ist es die da? Also wahrscheinlich schon die ich dachte sie hätte kurze Haare aber sie hat ein bisschen längere Haare. Ja, die Musik ist ziemlich cool von dieser einen Killerin die vom ja sage jetzt lieber nichts damit ihr den Film noch schaut. Der zweite Teil müsst ich schauen damit ihr seht was passiert. Okay, das ist auch die Richtige und die Andere ist neben diesen Gate Automaten und wo sind die Gate Automaten Hier, da ist sie. Da ist sie. Die hätte ich fast übersehen. So dunkle Haare hat sie. Auf dem Poster finde ich sie ein bisschen heller. Ja, auf jeden Fall. So, also, Quest erledigt. Gut. Die Pfeifen haben es vergeigt. Ja, diese Pfeifen. Ja, Polizeimütze. Okay, wunderbar. Geil, ich bin Captain Polizist America. Okay. Also, jetzt machen wir noch ein bisschen einige Zeit mit ja, natürlich mit so ohne geschnitten. Ich werde mal mehrere Parts dann zusammenschneiden. misst eigentlich die wieder downloaden müssen oder wir machen dann einfach noch so ein geschnittenes Let's Play. Geschnittenes ganz lustige Momente durcheinander, weil die meisten, die nicht so viel Zeit haben werden, gewisse ganz lustige Momente und so dann einfach nicht sehen. So, also, wir müssen hoch auf den Berg. Wir brauchen ja noch da diese Goat-Statue, die so schwer ist und hier das reicht schon. Wunderbar. Also, dieses Spielen von der Steuerung her müsst ihr halt wirklich üben. Ich merke gerade, wie leicht ich jetzt auch kontrolliert irgendwo hin hüpfen kann, wo ich nicht Probleme hatte, dazu schnell genügend dann irgendwo mich hin zu manövrieren. Einfach ein bisschen üben, wenn ihr das Spiel spielen wollt. Es macht sehr viel Spass, auch für euch selber. Am besten auch Videos das macht so viel Motivation, ich kann das nicht vorstellen. Jetzt müssen wir einfach kurz warten, ihr dürft gerne ein bisschen springen, bis solltet ihr eigentlich auch, aber ich kann noch zwischen Wichtiges reden. Ja, jetzt ist er gerade durch, jetzt müssen wir so sein. Und einfach hoffen, dass wir gut sehen, wie hoch er kommt. Lieber hier warten, weil es ein bisschen höher ist. Es dauert wahrscheinlich nicht mal eine Minute, das Gelände entfernen. Jo, ich freue mich einfach riesig, da einfach weiterzumachen. Eigentlich mit dem Spiel fast nie aufhören, also wir könnten auch wieder neu anfangen oder so dann, wenn alles gelöst ist und so, aber es wäre auch gut, wenn wir da wirklich noch sehr viele Sachen entdecken würden. Also, die Leute, die das Spiel haben, spätest ruhig, die die das holen können, ja, könnt natürlich gerne das Spiel auch holen und dann gerne spielen, damit wir so viele tolle Sachen wie möglich finden. Wir nehmen natürlich schön, wenn wir das einfach so alles auf der Kamera halten können. Nein, es ist... Hey, ich habe abgedrückt. Er ist ein bisschen zu weit hoch hier, aber er kommt relativ früh, also, es wird schon klappen. Ich müsste vielleicht hier und dann so... Hm, soll ich das mit dem Fisch irgendwie machen. Ah, mit der Giraffe. Also, wenn es klappt, mit der Giraffe und dann so genau machen. Das wird schon klappen, aber wird wahrscheinlich lustig sein. mal sehen. Dance, dance, dance. Giraffe, geht's dir gut? Na, scheinbar schon. Hm, lecker. Also, die Giraffe ist wirklich das wunderbarste Vieh. Ich mochte früher als kleines Kind wirklich Giraffen. Weiß es nicht, ich wollte es einfach haben. Hey, wieso geht das nicht? Wieso kann man an dem nicht festhalten? Ich weiss sonst eine andere Location, wo es wirklich geht vielleicht, mit der Giraffe. Dafür müssen wir gerade wieder zur Stadt runter. Aber, ich möchte das unbedingt schaffen, weil im Livestream hatte ich einfach keine Geduld mehr, ganz am Schluss da noch irgendeine Sachen zu holen. Ich habe, glaube ich, noch ein Livestream gemacht, nur mit Goldstatuen sammeln und so. Aber, ja, es ist wirklich ein bisschen zu gross, zu lang und ein bisschen zu schwierig zu manche bekommen. Dankeschön. Und deshalb, ja, ist es halt dazu einfach nicht gekommen. Mit mehr Unterstützung von Zuschauern und so mache ich so Sachen gerne. Aber, wenn ich jetzt nicht so viele Zuschauer habe, die wirklich langweilige Dinge schauen wollen oder helfen wollen oder so, kann ich das einfach irgendwie nicht machen. Das geht auch nicht so gut hier noch oben, bitte. Nein. Boah, die Giraffe kann schon sehr labil sein beim Steuern. Das funktioniert irgendwie so gut mit der Giraffe. Okay, hoch gehe ich mit Pisch. So, hier ungefähr warten. Hier oben. Komm. Ey. Oh, nein. Nein, Pisch, du bist ein Spassverderber. Ah, diese dumme Steuern. jetzt gehst du einfach hier hoch. Nein, nicht wieder drüber. So, jetzt. Und schnell wächsen. Und dann kommt der eigentlich hier oben drüber. Gibt's er hin? Hä, war doch gerade hier in der Luft? War das irgendwo anders? Er kommt aber. ja, so manche Sachen im Spiel sollten öfters passieren oder einfach weniger schwer sein. Ist ja schon toll mit einem Drachenflieger mitzufliegen, aber sollte ja auch gehen. Soll ja nicht irgendwie so sehr schwer sein, dass man das nicht gut erwischen kann. Ich denke, die Entwickler denken immer, man spielt mit Gamepad sehr, sehr gut und nicht mit Tastatur. Tastatur ist es schwer. Aber ich kann das mal mit langer Zeit anpassen lassen und dann mit Gamepad noch die restlichen Sachen holen, die wirklich nicht gehen. Mit der Tastatur. Ja. Okay, da drüben ist er, er kommt aber bald wieder zurück. Er muss eigentlich hier noch hinter dem Geld gebildet noch zurückkommen. Wir haben ihn leider verpasst. Da ist eine Klatsche. Da ist irgendwie auch noch etwas. Ah, das machen wir gleich im nächsten Part. Dann weiss ich schon, was ich noch machen kann. Und ich mache mir noch ein paar Gedanken was es andere Dinge noch gibt. Also auf jeden Fall auf die Gebäude rauf. Ah, genau, und diese Sachen machen, genau. Mit der Stromversorgung. Ja, und dann haben wir denke ich mal. Ich stelle die Dörrenkunst in ihrem alten Glanz wieder her. Kommt er jetzt? Er muss doch jetzt kommen. Oder kommt er hier nicht vorbei? Doch, kommt doch hier vorbei. Hä? Ist das ein anderes Gebäude gewesen, als ich dachte? dachte, er nicht hier. Oder er macht irgendwie zwei Runden hier durch? Dort ist er. Jo, schade, dass man manchmal auch Missionen machen muss, die ein bisschen langweiliger sind. Ja, die Qualität vom Entwicklung ist halt nicht ganz so high-end oder gar nicht so viel lange danach nachgedacht. Sonst nehmen wir einfach diesen hierhin. Ist eine Goldstatue irgendwie anders. Er kommt wieder hierhin. Also irgendwie kommt er nicht zu mir. Wo können wir denn noch auflauern? Ich müsste ihn irgendwie ja also ich dachte ich habe damals mich hier immerhin gestellt. Es kann auch irgendwo hier drüben gewesen sein. Ja tut mir leid dass diese Part nicht so flüssig spannend war also lustig war. Ja manchmal schon stretch in Schiraffe Ja das ist auch ein Bild Aber man sieht auch gerade nicht so viel in Thumbnail Ich kann die Screenshots sonst in Discord manchmal posten Ja Genau Ähm gut 15 Komma 3 Ist aber 5 3 Hä 5 Komma 6 Jo Und dann hat die die in groß könnt sie auch kapieren könnt sie auch downloaden schnell Ja das ist gut Discord hat ja tolle sachen die wir schauen für film können so hier ist nichts mehr direkt waren wir wahrscheinlich auch schon also Giraffe wirklich sehr lustig Oh hier ist noch ein komisches Gebär äh äh ein wenn ein paar Menschen Oh kann man wenn man hier runter kommt kann man kurz ins Gebäude rau menschen vielleicht ist im Gebäude noch etwas ja so sieht man aber nicht gut und hier oben bitte nach oben nach oben ja hier für die lebst ein bisschen gefährlich hier oben ist auch nichts also ich gucke noch schnell wegen der Goldstatue und dann mache ich das im nächsten Part irgendwie sonst ja kann ich euch erzählen wie ich das geholt habe weil das Spiel hat auch nicht speichert oder ich kann es versuchen aber man sieht wirklich die Goldstatue soweit irgendwie nicht es müsste irgendwie ganz hier oben sein ok Dankeschön fürs Zusehen bis zum nächsten Part oder so wenn ich Lust habe irgendwie an der Part Tschüss